Hi Freunde, willkommen zurück zu einem erweiterten Horrorgame. Ja, wir sind kurz vor Halloween, deswegen kommt jetzt nochmal eine richtige Ladung Horror auf euch zu. Wir spielen das Game Late Night Mob. Wir müssen die Bude sauber machen und dann soll anscheinend was passieren. Ich hab richtig Bock. Ähm, wir gehen direkt auf Play. Also ich sag mal so, wenn mir jetzt sogar beim Putzen so ein Drecksvieh auf den Sack geht und mich erschreckt, dann flipp ich aus. Hey, sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick clean up? Ja, ich habe ein bisschen eine Mühe gemacht und ich brauche das Haus zu clean. Ich habe ein paar Gäste, die in der Früh kommen. Okay, danke. Halt bitte, Small. Das war jetzt zum Glück nur ein Donner. Okay. Taschenabba haben wir nicht. Okay, ist aber auch relativ hell. Door is blocked. Gab's hier hinten noch? Ne, da sind wir reingekommen. Okay, die Door is blocked. Pick up trash place in the car. Okay, nehmen und dort rein. Press tab to check tasks. Ähm, ihr Flur ist gemacht. Bathroom. Okay, wo ist denn das Badezimmer? Ah, okay. Perfekt. Hast du auf den Boden geschissen oder was hast du hier getan? Hä? Barroom is erledigt. Living room. Ach du Scheiße, Digga, was hast du? Ich will gar nicht wissen, was er hier gemacht hat, Alter. Meine Fresse, wie kannst du denn die Bude so zurücklassen? Ja, okay, aber solange jetzt nur putzen ist, bis jetzt ist noch nichts passiert. Das Einzige, was jetzt so leicht erschreckend war, war, ähm, Digga, was hat er getan? War tatsächlich... Alter! Eine Party oder was? War... Das Einzige, was jetzt wirklich erschreckend war, war tatsächlich... Ähm... Der Blitz, beziehungsweise Donnergeräusche, ne? Ich will... Digga... Okay. Also, Sinn des Spiels ist, die Checkliste abarbeiten, jede Bude sauber machen, okay. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr MS findet, solche Horrorgames. Ne, ja, dass ich einfach mal Horrorgames zocki ist, sind ja jetzt im November, beziehungsweise jetzt so zehn Tage vor Halloween, nochmal eine richtige Schippe kommt. Denn ich möchte euch einfach damit ein bisschen unterhalten. Finde ich nämlich geil, an Halloween so da horrormäßig ist, so ein bisschen zu machen. So, ähm, Kitchen ist gemacht... Ach so, lol, wir haben ja gleichzeitig Kitchen gemacht, wie dumm. Ähm, ja, das war jetzt dumm. Naja, nee, eigentlich nicht. Haben wir die schon abgehakt. Perfekt. Okay. Okay. Hallway. Oh, nee, wo ist denn das? Doors lockt. Request Office Key. Ah, wir brauchen einen Office Key, um da reinzukommen. Okay. Ich verstehe, dann wären wir mal da hinten in diese... Hier müssen wir jetzt durch, ganz genau. Ach du Scheiße. Oh, nee, muss ich jetzt immer zurücklaufen damit? Ist hier gerade jemand gerannt? Oder gelaufen? Oder waren das meine Schritte? Ich konnte es jetzt gar nicht richtig zuordnen, um ehrlich zu sein, weil ich das gar nicht... Weil ich das jetzt nicht richtig gehört habe, bin ich euch ganz ehrlich. Aber es hat sich so angehört, als wäre das ein anderer gewesen. Sieht sehr schön aus, aber das ist auch sehr, sehr geile Atmosphäre. Finde ich hier so. Hier, ihr seht so ein bisschen nebelig. Mondlicht scheint rein und sieht so aus wie Rauch, so ein bisschen. Finde ich sehr geil. Es regnet draußen, also sehr, sehr düstere und nice Atmosphäre, muss ich euch gestehen. Okay, wir haben jetzt vier Minuten hier alles sauber gemacht. Was ist los? Was ist los? Gut, das Office, also Büro. Ah, hier. Click to grip Office Key. Nee, die... Ah! Boah, Digga. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Was ist das? Huh! Ich hab mich so erschrocken. Ich hab einen Puls von 300! Hier war irgendwo das Office, ne? Ja. Alter. Nein. Guck mal, das sind solche simplen Spiele, die eine Story von nichts haben, Digga. Es gibt da so richtige Meisterwäge-Horrorspiele. Die sind natürlich auch geil. Die gehen halt über mehrere Stunden. Das Ding wird vielleicht jetzt 15 Minuten gehen. Aber hat... Ist das schon... Ah! Du Stück... Scheiße, Alter! Ich kann... Digga. Nee. Es ist... Nee, wirklich. Ich kann das nicht. Ich kann... Oh mein Gott, mein Herz, Leute. Es bleibt stehen. Es bleibt stehen auch im Laufe dieses Videos. Das sag ich euch. Alter Schwede. Gott. Ich hab's gar nicht gesehen, wo ich mich gerade erschrocken hab. Weil ihr habt ja selbst gesehen... Okay, sind wir hier fertig jetzt? Office ist immer fertig. Ihr habt ja gesehen, was wir gemacht haben. Oh, bevor ich jetzt rausgehe, möchte ich das mal erzählen. Ich hab nur hier was drauf sitzen oder so gesehen. Und dann hab ich mich so sehr erschrocken, dass ich aus Versehen die Maus so nach oben gezogen hab. Oh mein Gott. Ich hab so Angst. Das ist so unnormal, Digga. Oh, bitte. Meine Fresse. Oh, Mann! Sag mal, spinnst du? Oh, meine Fresse. Lass mich jetzt einfach schnell sauber machen, bitte. Oh, bitte. Einfach schnell sauber machen. Ich kann das alles nicht mehr. Alter. Wow. Das ist geisteskrank. Oh, das meine ich. Es gibt richtig Prachtexemplare von Horrorgames, sag ich mal. So richtige Brecher. Ja. Und die sind auch sehr, sehr geil. Gehen halt über mehrere Stunden. Aber dann gibt's hier solche kurzen Horror... Oh mein Gott. Hier liegt irgendwas vor der Tür und da hat was geklopft. Lass erst mal hier machen. Da hat irgendwas geklopft. Ich will gar nicht wissen, was da geklopft ist. Aber auf jeden Fall ist das so, dass es gibt solche Horrorgames, das ist kostenlos. Geht vielleicht 15 Minuten oder so. Und das gibt dir so viele... Das gibt dir 5 Jumpscares und so. Und dann hat's sich's erledigt. Weil sowas ist halt geil, ne? Dafür spiel ich das auch. Also ich spiel das natürlich zum Großteil wegen der Story. Aber so Jumpscares sind schon geil. Oh mein Gott, ich hab was gehört. Bitte nicht. Oh, ich hab schon gedacht jetzt. Hier sauber machen noch. Nee, Digga, jetzt ist Ende im Gelände. Ist das Blut oder was? Digga, was hat denn er hier gemacht? Ist das Blut? Das sieht in mir aus. Ist hier wieder Sauen? Go home. Es steht go home da. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Aber ich will wissen... Warte kurz, bevor wir jetzt nach Hause gehen, möchte ich wissen. Du hast blockt. Ja, hier ist ein Schrank vor der Tür. Da liegt die Leiche drin. 100% war das Blut und er hat jemanden gekillt. 100% hat er jemanden gekillt. Die Leiche ist jetzt hier dahinter. Wir kommen nicht rein und das war Blut. 100% scheiß drauf, Leute. Wir gehen jetzt. Oh, ich hab Angst. Ich hab so Angst vor einem Jumpscares. Oh, es kommt aber keiner. Oh, da ist die Tür. Nee. Hä? Da vorne ist die Tür. Okay, let's go. Oh. Oh, oh. Es ist was runtergefallen. Oh mein Gott. Es ist was runtergefallen wie ein Glas. Und wir sollen gucken, woher es kommt oder was die Ursache dafür war. Okay. 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 Digga, das hör doch mal. Bitte auf, du Eisvieh. Let's go. Was sagt er jetzt, der Knecht? Ähm, it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I, äh, I remember I kinda summoned the demon and totally forgot about it. Anyways, uh, I hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. Du denkst, wir leben, ne? Das hoffst du, ne? Und dass es uns gut geht. Du hättest uns ein bisschen früher, aber ich hab gesagt, wir sind die kleine Pisser. Ja, Leute, hier sehen wir alle, wer daran, ähm, beziehungsweise. Ein paar YouTube-Members und so weiter und so fort. Okay, war ein richtig geiles Horror-Game mit so viel Jumps, Digga. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und ob ihr davon mehr sehen wollt. Das war's mit dem Video. Haut rein, euer Schmerle und ciao. 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 Ciao.